Herr Strobl, Sie malen ja Menschen in Momenten höchster Erregung und Anspannung und Emotionalität. Es macht wahrscheinlich einen Unterschied, ob man Häuser oder Stilleben malt oder eben Menschen, die in einer Masse, wie Sie sie darstellen, in Erregung geraten. Wie sehen Sie das? Also ich sehe das so, dass das genau das Gegenteil eigentlich ist. Stilleben, naja, das heißt ja so, ist halt sehr still. Und genauso Landschaften oder auch Stadtschaften haben halt ganz andere Charakter einfach. Und da ergeben schon zwei, drei Misserstriche in der House oder irgendwas Greifbares bei den Massenmenschen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie an ein Tapetenmuster kommt. Und das muss man immer umso stringenter arrangieren, damit es einfach zu kommunizieren. Hat man da ein Verhältnis zu den schreienden, jubelnden, enttäuschten Menschen, die da gemalt werden? Puh, Verhältnisse, naja, so ein Spiegel ist es nicht. Aber dadurch, dass die ganz, ganz langsam und relativ in einem Abstand von Monaten oft entstehen, ja, entwickelt sich schon was. Also man spricht mit den Figuren, die man malt? Umgekehrt. Ah, okay. Jetzt ist es fast fertig. 22 Gemälde sind entstanden. Was steht die letzten Wochen jetzt noch an, um die Bilder sozusagen dann wirklich für die Ausstellung freizugeben? Freizugeben, ja. Naja, ich arbeite ganz traditionell und es sind halt auch etliche Schichten übereinander. Und die letzte Schicht eben, die jetzt auch kommt, das wären halt die Details. Die Details, die wichtig sind, dafür, dass man die Leute oder die Menschen oder die Fans auch zuwirken kann, ne? Das heißt, von dem Charakter ist auch jeder Verein anders und diese Details oder auch von der aus Schriftzüge wollen es einfach aus, ne? Das heißt, es gibt aber auch aber Menschen, die einfach graue Hohen und das muss man einfach irgendwie noch überarbeiten, ja? Das ist noch ein ganz wesentlicher Schritt. Sie sind jetzt, schon jetzt in manchen Diskussionen werden Sie als Fußballfan-Maler bezeichnet. Können Sie mit dem leben? Sind Sie selber Fußballfan? Naja, ich würde sagen, ich bin eher Fan von den Fans, ne? Könnte man jetzt scherzhaft irgendwie anmerken. Das interessiert mich mehr, als auch wenn da irgendein, vielleicht, weiß ich nicht, fast Teil, das auf der Kriegerlöschung, Begegnungskultur herrscht. Interessiert mich das mehr, wie der Spiegel da dahinter ausschaut, also wie die Leute reagieren, also der Fan, der Fans. Danke sehr. Bitteschön, danke.